Hallo und herzlich willkommen, Phil von den Jungs hier und zwar zum einen mit neuem Habtaschnitt. Pass auf, zwei Flaschen Cola, keine. Wir müssen jetzt los, weil es geht nach L.A. und so und es wird saugeil. So, kleines Problem, also wir sind jetzt vom Zug aus bis hierher gerannt und es gibt statt Kaffee jetzt eine andere Droge, nämlich ziemlichen Stress mal wieder. Wir sind nämlich, die Bahn hatte Verspätung und wir haben nur noch 25 Minuten bis der Flieger geht. Ich möge Gott mit uns sein. Und deine Mutter. Jetzt komm bitte mal ein bisschen schneller, okay? Ja. Beeil dich. Sie bitte, bitte. Das ist ja nicht so krass, das ist nur noch eine Viertelstunde. Ach komm schon, aber wir schaffen es, glaube ich. Komm, schnell. Renn, 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 renn. Okay, hi. Sorry, wir konnten jetzt die letzte Zeit nicht mehr flippen, weil wir haben es wirklich gerade nur so geschafft, den Flieger zu erwischen. Fünf Minuten, dann geht es los, aber jetzt können sie uns auch nichts mehr machen, wenn jetzt der Oos mal kommen würde. Tisi, ich würde sagen, ab nach L.A. Hallo Freunde der Sonne, wir sind jetzt in L.A. im Wagen und fahren jetzt gerade zu unserem Hotel. Hier mit dem Driver Phil. I'm the Driver und ich wollte gerade die scheiß Kupplung treten, aber es ist gerade nicht da. Hier, Automatik alles, unser Paparazzi, falls wir ihn entdecken und ja, es ist schönes Wetter hier. Schaut euch das mal an. Zeig, zeig, zeig ihnen das alles mal. Wie krass, wie anders. Ja, das ist nicht deutsch, oder? Wie nicht deutsch. Hier, voll Ghetto, Alter. Ich habe das Nummernschild gefilmt. Hollywood, wir kommen. So, hallo, hallo. So, herzlich willkommen in unserem bescheidenen Hotel. Jugendherbergenzimmer in Hollywood. Wir dachten, wir suchen uns ein exquisites Hotel aus. Fünf Sterne. Und ja. Die Aussicht ist wunderschön auf Walk of Fame. Die Sterne sind jetzt weg hier. Ja, aber da oben sehen wir ein bisschen Hollywood King. Sonne und Sonne. Wir haben schon Ching Chang Chong gemacht, wer welches Bett bekommt. Oos ist übrigens müde. Nein. Okay, was machen wir als erstes? Essen. Essen. In and out? In and out. Wir sind out. Bis gleich. Wir erkunden gerade das Liesbostel. Ja, richtig. Tizi. Was steht denn da? Ähm, keine Ahnung. Ja, direkt am Walk of Fame. Sehr zum Ziel. Das sind schon wieder voll viele Leute. Letztes Jahr haben wir Lil' Kim getroffen. Ich weiß nicht, wer da jetzt heute kommen soll. Schaut mal. Ich weiß nicht, welchen ihr hier wartet habt. Wir hoffen euch hat das Video jetzt gerade gefallen. Ähm, wir haben uns auch noch etwas überlegt. Und zwar eine kleine Strafe für Ochi. Bei 500 Fabos wird er 50 Chicken McNuggets in 5 Minuten essen. Falls er das nicht schafft, wartet eine weitere Strafe auf ihn. Also seid gespannt, bleibt dran. Fokussiert dieses Video. Und dann bekommt ihr jetzt jeden Tag ein Video aus L.A. Macht's gut. Ciao. Ciao.